ständig in diesem Spiel nicht speichern kann wie das nervt ich hasse es, wenn ich nicht dann speichern kann, wenn ich nicht speichern will passt doch jetzt zeitlich schon wieder alles nicht According to the information that Ocain provides to us by the road British the train will be coming north from Big Valley we are going to pick it off after it crosses the border into the British we have a race spot there, this will give us good vantage Charles, go keep lookout for any outside of you How's that hand by the way? Look out! I'll be fine Good, I'll take the driver and engineer that runs point Lenny, I'm out there You can take the front car and deal with any guards Arthur, to Micah You head straight to the back That's what we're after Mr. Cornwall's private car You and me, Morgan Great Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once You worry about yourself Enough That bill blows the track We're gonna need to move past Okay, I'll take the back Is everyone clear on what they're doing? Yep, Crystal Get up Good Now come on Good luck So, so ein schöner Bankraum würde mich auch mal interessieren Trotzdem würde ich ganz gerne speichern Oh, ich liebe die Musik, der könnte ich stundenlang zuhören. Oh, ich liebe die Musik. 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 Oh, ich liebe sie. Also machen wir das, dann gehen wir zurück in Blackwater, um es zu holen. Wie viele Mal haben Sie die gleiche Frage gestellt? Das ist viel verdammt Geld, um zu lange zu sitzen. Es wäre verrückt, um zurück zu gehen. Das Land wäre mit Pinkertons geflogen. Wir gehen zurück, wenn ich sage, wir gehen zurück. Und das ist der Ende. Wenn Geld weg ist, dann müssen Sie mir einfach zu glauben. Und wenn die Originals richtig sind, dann werden wir ein Stack von Railroad-Bonds auf diesem Train. Das ist gut, wenn wir die Geld machen wollen, wie wir sie machen können. Jetzt alle, schau mal und schau mal auf die Hand. Komm schon. Hier ist die Wasser-Tower. Holden hier auf der Runde. Whoa. Kann ich jetzt speichern? Warum nicht? Ich kann mich doch hier frei bewegen. Warum kann ich nicht speichern? Ich beende dann die Folge hier. Gucke mal dann, dass ich demnächst irgendwann speichern kann. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge zu Red Dead Redemption 2. Und bis dahin, haut rein!